Armin Laschet ist da, Mr. Isso. Ich habe ihn ja im Grunde genommen berühmt gemacht. Armin Laschet. Herr Laschet! Herr Laschet, sagen Sie einmal Isso. Einmal Isso. 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 Können Sie das vielleicht Herrn Lindner mitbringen? Das Geschenk, das Geschenk, könnt ihr das mitbringen? Das Geschenk von Herrn Lindner? Armin Laschet, Armin Laschet, runter von der Straße jetzt alle hier. Armin Laschet war da. Mr. Isso. Armin, wir lieben dich. Kanzler der Herzen. Armin Laschet.